Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Bei mir ist es Montagmorgen, bei euch ist es 15 Uhr, wenn ihr dieses Video seht. Ach du Scheiße, so jetzt muss ich kurz aufpassen, dass das hier alles passt. Ich verliere dadurch ultimativ viel Zeit, aber es ist wichtig, dass das da passt. Denn wir wollen heute Nuke spielen. Wir spielen ein 1 gegen 1 gegen Parasite, den guten. Kann man das hier irgendwie bauen? Ja, tatsächlich. Interesting. Gegen Parasite, habe ich das schon erwähnt? Ich glaube, ich habe es schon erwähnt. Ähm, und wir wollen ihn auf dieser Map mit Nukes überrushen. Überrushen, Alter. Bin ich sehr gespannt, ob das funktionieren wird. Oder, ob es nicht funktionieren wird. Oh Mann, heute Morgen bin ich aber auch wirklich, äh, wirklich gut drauf. Ja, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Bin gespannt, was er spielen wird. Das sieht ultimativ nach Mörsern aus. So mörserig, dass man sich schon gar nicht mehr vorstellen kann, wie viele Mörser da kommen werden. Ah, upsala. Was war denn da mit meiner Maus los? Die ist irgendwie rausgebackt. Die müssen wir jetzt verkaufen. So, schneller, 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 schneller. Batterien noch platzieren. So. Zack. Da ist noch einer hin. Perfekt. So, jetzt brauchen wir noch ein paar Gunner. Dich verkaufen wir. Nein, das soll verkauft werden. So. Und hier unten müssen wir jetzt ein paar Gunner reinsetzen. Warum geht das nicht? Dann halt so. Ich weiß nicht, ob ich mich lieber mit den Gunnern gegen, äh, ob ich mich mit Gunnern nicht lieber, äh, mit, also mich hier oben lieber mit Sandsecken verteidigen soll. Ähm, na, ich weiß noch nicht, ob der Hintergrundversträmmung werden wird, wenn wir den nächsten Juk platzieren. Ich bin aber nicht sicher, ob man den Juk kommen sehen wird. Angst, Potter? Ich hab sowas von Angst. Was denn sonst? Was denn sonst? Ich hab doch keine Angst gegen seine, ähm, seine Mörser auf dieser Map. Woher denn? Ich doch nicht. Mann, ich muss meine Windturbine irgendwie verteidigen, ey, das geht ja gar nicht. Was ist das hier eigentlich für ein Aufbau? Ich hab so Angst. Werden das Upgrades werden? Würde er mich mit geupgradeten Mörsern hier attackieren wollen? Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Kann ich da ein Stimper auf platzieren, ey, ja? Also, geht. Massen wir uns hier eine Tiny Door hin. Dann passt das. Ach, Mann, ich hasse das. Ein bisschen ungeschickt, actually. Verkaufen wir nochmal. Wir machen das richtig heute. Floten zwar ein bisschen Energie. Das ist nicht das Problem. Och, Mann. Gleich ein Fehler nochmal. Perfekt. Ja, ich bin noch nicht wach, ne? Ganz klar. Immer da raufschieben. Dass ihr noch nicht wach seid. Komm, mach fertig. Ich bin gespannt, ob er eher den New Crush kommen sehen wird. Er baut sehr tanky wieder mal. Da kommt gleich unsere Fabrik rein. Da unten bauen wir dann noch einen später für, ähm, für, komm, sag schon. Für, ähm, ja, reden. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Wo wollte ich denn nochmal die Batterien immer platzieren? Ich hab diesen Bild tatsächlich mal geübt mit den Nukes. Ähm. Ei, 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 ei. Laser? Okay, wir werden Laser sehen. Dann verkaufen wir unsere Ganna wieder. Zumindest teilweise. Wir brauchen, äh, die Ressourcen für den nächsten hier. Sollten wir uns das hier dringend mal zulegen. Noch eine Batterie brauchen wir auch noch. So. So, hier wollen wir unser Schild platzieren. Glaub ich zwar nicht die Ressourcen. Was sollte reichen? Ne, sollte ich lieber da. Also wie machen wir das, Leute? So ein Schild? Das ist arsch teuer. Aber es wäre effektiv. Weißt du was? Was? Wir feuern einfach mal. Mal sehen, ob er sie kommen sehen wird. Bin wirklich sehr gespannt. Ob er sie kommen sehen wird, die Nukes. Okay, die erste ist schon mal gut connected. Die zweite macht nicht so viel Damage. Ist okay. Wir werden gleich weggebumst von, äh, von, von Lasern. Ähm. Ja, was willst du machen, ne? Hier müssen wir jetzt upgraden. Hier brauche ich jetzt Woodspam, Alter. Jede Menge Woodspam. Ich weiß gar nicht, warum ich hier mit, oder da überhaupt, ähm, für Dings gehören kann. Behinderwohnverstrebungen. So. Ah, hier habe ich natürlich Energie für. Okay, 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 okay. Ich brauche hier was, um den, äh, Woodspam zu schredden. Ah, klar. Ein Gunner. Da oben. Der eine Gunner macht das, oder was? Ah, wird ein hartes Battle hier werden mit meinen Nukes. Ich glaube nicht, dass ich hier Oberhand gewinnen werden kann. Wollten hier aber irgendwann noch mal die hier rein platzieren, ne? Ah, hier kann ich natürlich nicht hinbauen. Geht natürlich auch so. Interessant halt diese Map. Wie? Kommt da gerade in Nukes? Das ist jetzt ein Witz. Das ist ein Witz, oder? Warum hat er denn Nukes? Er hat einfach Nukes. Dann habe ich, glaube ich, nicht ganz im Winkel. Dann haben wir Nukes. Ich bin buffelt. Die habe ich nicht erwartet. Okay. Ja, wer hat sie mit einer Kreissäge gehabt? Ey, das ist... Das kann ich doch keinem erzählen. Das kann ich doch keinem erzählen. Dann werden die Kreissäge ausschreden können. Ich spiele Spook. Okay. Auch sehr interessant. Ah, dann sind wir mal gespannt, ob er die nächsten Raketen hier kommen sehen wird. Falls ich die überhaupt durchkriegen werde. Oh mein Gott, da kommt noch ein Witz. Schwierig. Sehr schwierig. Tut weh. Keine Ressourcen. We're at them resources. Das hat keine Effizienz. Nicht gut. Okay. 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 Hey, wir haben wenigstens ein bisschen Kohle-Mission hinbekommen. Ist auch auch was. Scheiße. Oh, warte, warte. Ne, da störst du mich ab. Ah, das war nicht gut gespielt. Er spielt Jux. Er spielt Jux. Das habe ich nicht kommen sehen. Verdammt. Verdammt. Ja, komm. Wir hängen noch eine Runde dran. Das war zu Ende. Und Fairless auch. Ne, keine Map für mich. Aber insane. Das war keine Laserfabrik. Das war eine Werkstatt. GG. Zweite mein Gedanke. Ja, GG. Komm, nur eine Runde. Tja, ähm, also wie soll ich sagen? Ich sag mal so. Ich habe aus Versehen die Zähne gewechselt im zweiten Game. Ja, sehr belastend. Und deswegen gibt es heute leider kein zweites Game mehr. Das dritte Game, das wir haben ja auch noch gespielt, das war leider so belastend. Das kann ich ja auch nicht mehr hinten dran hängen. Das zweite werden wir vielleicht casten. Aber für heute ist es das erste Mal gewesen. Schaut auf jeden Fall bei Steffen vorbei. Da kommt nämlich heute die erste Folge. Ähm, von ein paar Games. Von zwei gegen zweis. Von uns beiden gegen Parasite und Sko. Ja, wird geil. Morgen kommt davon die zweite Folge bei mir. Und dann wünsche ich euch noch einen entspannten Tag. Habt viel Spaß im Ranked und haut rein.